so hallo mal wieder bei sacrifice ja es geht weiter so also die letzte folge also ich habe eine reihe von folgen gestern aufgenommen aber jetzt ist halt wieder neuer aufnahme session kann sein dass ich ein wenig eingerostet wirke also so wie immer ich hüpfe mal direkt hier rein mit dem james ich kann ja warte mal warte ich kann ich habe nur noch die option den chandel zu nehmen sehr interessant aber ich habe mich eh für den james entschieden jetzt kommt die mission wo ich diese steuerung ist so schlimm ja noch mal den james hören wir uns mal das briefing an ja er will dass wir marduk nein chanel auch platt machen wir haben ja schon den pyro platt gemacht ja da ist wohl chanel dran oh gott also die letzte mission war ultra schwer am anfang fand ich ich bin mal gespannt wie es hier dann aussieht ey oh je bei der letzten mission war halt das problem hat ja in der letzten folge zu der letzten mission war es so und hat am anfang eine total schlechte einheit die kriegt irgendwie und ja da wurde ich sofort überrannt egal so use this beat up spell to give yourself an extra boost when traveling to your first mannerless you dare make war on the god of slaughter at every turn your actions have aided the cause of marduk we have no choice but to fight for your destruction bold words let us see if they have not outstripped your skills too greatly and that is all he had to say not even one last attempt to pretend astoroth was summoned to fight maduk false visions indeed astoroth that was the demons name woher weiß der denn sowas was kommt da angekommen woher treachery that's lady abraxas mistress of serta's keep people call her honorable but she seems awfully uptight to me i will say one thing she's fast and very skilled or is that two things stratus i never should have trusted you my lord is free to do as he wishes and he wishes to serve charnel how can you simply acquiesce i am bound to stratus and i honor my duty as he goes so must i now then defend yourself okay also auch noch ging stratus so erst mal hier die beiden und dann drückt oh bollard ist ein bisschen zwei Du bist zu tief auf Männern. Achso schon. Mimimama. Du bist zu tief auf Männern. Einen werden wir hier lassen. Einen nehmen wir mit. Schirmes Formation. Garde mich. Festes Reporting. Garde mich. Warte mal. Das wird in der Hände gemacht. Ah doch war richtig. So. Mal ein bisschen scouten hier. Hier gibt es noch ein paar einfache Seelen. Ist hier rauf. Nice. Die Klümmendenberg. Okay. Na ja. Warnerschein. 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 4. 5. 6. 8. 12. 13. 13. 13. 14. Na, die können das halt leicht wieder einnehmen, von der ist das eigentlich... Ähm, etwas... ...müstig, keine Ahnung. Da haben wir schon einen Schrein. Ah, für ein komisches Geräusch. Ich fühle das ständige Geheule hier. Ja, und nirgends so Anzeichen von denen. Den Schrein, glaub ich, hab ich gesehen, wie sie den übernommen hat. Das war's doch schon. Oh, weißt du... Oh, weißt du... Das ist nur ein Quiniac. Musik Was ist denn los? Uh, der kämpft ja schon. Oh, ja, ich habe schon meinen dicken Zauber. Oh ja. Fiction, ey. Your creatures are under attack. Your creatures are under attack. Oh. Your wizard is under attack. Your wizard is under attack. Your creatures are under attack. You are low on mana. Was zur Hölle? Oh nein, ich werde in den Nachbund geschleudert. Okay, hört das auch mal irgendwann auf? Hallo? Your creatures are dying. Your creatures are under attack. Ey, nein, 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 nein. Invalid target. Invalid target. Your creatures are under attack. I'll get you. Not now. Where are my threats? Okay, wir müssen erst mal das Ding da weg machen. You are low on mana. You are low on mana. Oh, ja, wir müssen erst mal das Ding da weg machen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, wir müssen erst mal das Ding. Oh, ja, wir müssen erst mal das Ding. Oh, ja. Ihr creatures are under attack! You are low on mana. Par inorum P Ingredients is forecast. Tú are lazy! At least forむdrawalciae and pet. You must tryě domestic плечů You must體. You may own a pirate before our allies哦 Was möchtest du? Attacke das Ding. Alles klar. Schau mich. Bei mir. Ich habe nur zwei Kampfeinheiten. Ich habe nur zwei Kampfeinheiten. Das ist nicht so gut. Oh nein. Ihr Wizard ist unter attack. Ihr Building ist unter attack. Ihr Creatures are dying. Ihr Creatures are under attack. Kommende Kenkatsu. Kliksa Nathraak. Nam Nostro Alvis. Guard me. Falanx Formation. Guard me. Attack. So all right. Skrimadina. Klaatu. Nostro. Saxo. Master Doc. Kuba. Ordan. Horviz. Ordan. Hä? Ach der ist gerade schon absaugen. Mist der kommt wieder. Invalent target. Tiam. Saxo. Ferax. Nomine. Also. Loser. Invalent target. Das sind Sieben. Däremot. Glätsch. Ist das nicht? Vora? Ich habe nicht mehr als Sieben. Töne. Das ist eine Maschung. Die Menschen. Die Menschen. Allein. Online Da ist ein Sivile einer einzelnen Wache Besser als nichts Wir haben noch viel gekriegt Und noch ein Bouldere, der ist beschwert Nied Die Stadt Dein Die Böse Die Stadt Was zerstört Deine Die Böse Das war Kreaturen sind unter attack. Ich gebe mir noch eine 4er, das wäre nice. Kann sich echt so langsam vorarbeiten. Sehr gut, das sieht gut aus. Ganz schön heftig hier fest in der Mitte gewesen. Ich denke mal, das nächste ist Diener. Da sind auch sehr lecker Seelen. Ich glaube, ich werde echt noch einen Bauder der Schulen, die sind einfach zu nice. Ich würde gerne noch Heilkäfer haben, aber ich kann eigentlich auch relativ gut heilen. Von daher ist das kein Problem. Ich glaube noch bis die Seele da uns gehört. Dann deckt noch ein Boulderdäsch und holen wir da den Schrein dahinten. Was ist das für Sachen? Use QH Ability Retreat. Change. Das können wir mal. So, jetzt haben wir mal 5 Seelen. Hopp, hopp. Oder des Paar. Ach. Der Nachteil an den James-Einheiten ist halt, die sind extrem langsam. Irgendwann immer hinterher, außerdem gehe ich jetzt so Schritt... Schritt für Schritt vorwärts. Guck mal da. Man sieht die Einheit gar nicht. Das ist unter dem Bauch. Da sind einige Einheiten, so wie es aussieht. Einige sind auch schon verstorben, wow. Mit einfach Seelen rum. Er ist schon tot. Okay. Oh. Ob ich hier sehe, hier. Aber ich hätte hier... Ein Ding spawnen sollen. Ein Schrein halten können. Maler Lied. Egal. Egal. Sanctu. Elil. Flam. Tharn. Klaatu. Luch. Denorum. Horvies. Niktor. Elterseelen gehen eigentlich relativ flott. Elorum. Nostra. Horvies. Pejorative. Wollt sein, dass sie denen den Weg abschneidet. Du musst sie ja nur anhitten und dann lassen die die Seelen fallen. Margin. Vodan. Flam. Mastadok. No mide. Flam. Ruchiloro. Far. Niktor. St min. Da hinten. Er hat einiges rum dingen gelassen. Oder ist das ne gegnerische Einheit. Ne, ne Siedel liegt da hinten einfach rum. Voll die Prozession hier. Da ist sie. Oh, sieht doch gut aus. Und den Schrein hier einnehmen. Wollte schnell gehen, sobald die Baller-Dechs hier sind. Das war ein Treffer. Oh, der regeneriert ja auch relativ flott. Mach hier mal ein Schrein hin. Was ist denn... Umgucken hier. Lalalalalalalala. Dann haben wir sogar noch einen uneroberten... ...Mana-Quell. Oh, die Kamera ist ein bisschen ätzend hier. Da sind schon wieder zwei Zauberer. Ich muss erst den einen besiegen, dann kann ich gegen den anderen vorgehen. Bzw. ich könnte wahrscheinlich so schon gegen den anderen vorgehen. Ich mach erstmal hier die... ...Stratus-Verräterin da. Alte Hexe. Was erstmal den hier ein Schrein finden. Keine Ahnung, wo der sein soll. Sieben Seelen. Sieben Seelen. Uh. Was denn? Ich kann ja nicht runter. Oh, ah ok. Manchmal sieht man den Abgrund nicht. Boah. Und dann ist es ja sehr ruhig. Ich bin am... Ich geh nicht mehr. Ich geh jetzt erstmal da lang. Ach Seelen. Und dann hol da die Waldfee. Entschuldigung. Oh, so. Wir diskutieren uns erstmal da rüber. Und gehen dann da. Möchte Adels klären. Nein. Besten. Und... Ja, ich beschwöre noch ein Border Deck. Ok. Eloport. Lass mal hier lang. Was ist das? Ist das? Oder was grünes? Ok. Der hat da noch Einheiten stehen. Und die will mal schnell glatt sein, denk ich mal. Und das auch hier schreien. Was ist die denn eigentlich? Ja, wieder vollkommen ohne Pause. Was ist das? Was ist das für eine Burg? Village. Oh, da sind viele Seelen. Lassen wir das erstmal. Gehen wir erstmal hier die Seelen einsammeln. Na los. Macht. Verrichtet euer Werk hier. Ich will da noch ein Schrein hin machen. Deswegen sammle ich die Seelen noch nicht ein. Deinem. Ich will das mal. Ich will das mal hier. Ich weiß nicht. Ich will das mal. Das ist das mal. Ich bin das mal. Ich weiß nicht. Diem, pejorative, gaza, gaza, diem. Kazam, ilorum, nostro, nomine. Garpe, vas, denorum, erax, nito. Your target is out of range. Kato, Guba, diem. Irgendwie merkeblich das Geister passiert. Ich kletter mal da rauf. Neun Seelen inzwischen. Die hat halt wahrscheinlich auch keine Seelen mehr. Weiß ich's nicht. Wir lassen auch hier schreien. Das war's. Neun Jut. Zagen. Die gehen dann einfach zurück hier hin und machen ihren Chopir was. In ihren Schrein platt. Und wir machen so ein Boulardash. Und zwei Heilkäfer. Oh, die restlichen Seelen gehen wir uns für den Notfall auf. Jetzt hab ich diese Superzauber noch gar nicht eingesetzt. Jetzt gucken wir das letzte Mal gleich mal so irgendwo einen ein. Nur so mal um ihn zu zeigen. Ich will doch noch einen der Käfer opfern. Müssen. So. Okay. Du bist der Außer-Korener Käfer. Boah, ich hoffe, ich hab jetzt nicht hingewiesen. Das ist ja ärgerlich. Komm, der. Ne, er hat sich den Käfer geschnabt. Sehr schön. Was? Oder hinten. Mal sehen, ob sie noch versucht, irgendwas zu machen. Das könnte es halt auch noch eine Weile dauern, weil die heilen sich auch. Wenn die jetzt noch irgendwie sich an so ein Maler-Dings stellt, kriegt sie eigentlich noch genug Maler, um sich ständig hochzuhalten. Gut glitten, als will ich sein, zu wenden. Wie? Ich versuche, langsam in ihrer Richtung vorzugehen. Ich durfte, dass ich da kein Maler-Lied wirklich schnell in der Nähe habe. Sonst waren die immer direkt daneben. Der ist erst ein gutes Stück weg. Ich kann mich ganz von dahin porten. Huch, jetzt ist das da kaputt gegangen. Ich denke mal, weil die Blitze, die von oben kamen, sind wohl durch das Gebäude durchgegangen. Sowas in der Art. Aber hier ist auf jeden Fall noch kaputt, damit die sich da nicht hin porten kann. Oh, ich muss immer auf die Boulevard-Dings warten. Hat er noch Seelen liegen? Ich glaube nicht. Ich bewege dich auch nicht, ich bleibe da stehen. Auf ihn schießt ihr. Was? Ist schon auf das Ding da? Wow. Das Range. Ist so viele Seelen rumliegen. Ich verstehe nicht, warum die, die ich nicht geholt hat. Ich habe auch letztens auch gelesen, dass die Newt Old Games Version wohl irgendwie die KI-Probleme hat. Okay. Ich schaue mal ganz kurz nach. Ich habe ja was gelesen von Hause. Kann man das anmachen? Wird es besser sein? Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe mir schon voll die Grafik-Probleme gehabt. Ich habe schon froh, dass ich jetzt eine Einstellung gefunden habe, mit der ich nicht da irgendwie Black-Screen habe. Das war echt sehr merkwürdig. Ich habe hier auf dem PC, auf dem ich spiele, habe ich dann einen Black-Screen gehabt. Und auf dem PC, auf dem ich aufnehme, habe ich dann das Spielbeschehen sehen können. Leider etwas versetzt. Deswegen war es nicht so gut spielbar. So, ich ziehe. So, wo seid ihr? Da kommen sie. So, die mache ich noch weg. Ich versuche es zumindest. Ich hoffe mal, das sollte eigentlich kein Problem sein jetzt. Und danach mache ich dann folgen, Poison. Ich weiß nicht, vielleicht ist es mir so gerade noch vorbei, aber ich glaube es fast nicht. Ich bin gespannt. Ich fange mal hier den Spell an. Ah, ich hätte mal die beweinete Menschen einsetzen können. Oh, sie kommt. Hier hast du keine Chance, wenn du hier so ankommst. Oh, jetzt kommt eine Kuh aus dem Boden geflogen. Jetzt sieht man da. Die müssen jetzt da irgendwo runterkommen. Oder auch nicht. Schade. Doch, doch, das war es, glaube ich. Wow. Kasam, Kasam. Kasam, Kasam. Das haut die einfach ab, die Orde. Hat hier auch noch Seelen rumfliegen. Ich hätte mir die Seelen geschnappt. Aber wir sind ja auch von einem anderen Gott. Und ich hätte keine Zeit mehr. Oh, was ist denn da für ein Grafik-Bug? Ah, nein, es sind doch Zombies. Sieht, wie ich eure Gefährten hier übernehme. Okay, was? Da müsste ich schon ein bisschen besser zielen. Das ist krass, wie lang wir noch überleben können, obwohl der Schrein geschändet wird. Ich muss da schon mal ein Beispiel dran nehmen. Ich bin dann immer gestorben. Ich bin dann noch ein bisschen besser zielen. Ich bin dann auch immer gestorben. Ich bin dann mit dem Gehen. Du bist so schwer. Ich bin dann mit dem Gehen. Du bist so schwer. Du bist so schwer. Oh, sie versucht so schnell zu kommen. Oh mein Gott. Uiuiuiuiui. Und ich bin zu weit weg, um dahin zu teleportieren. Also ich sehe meinen... dahin. Dammit, Leute. Aber ich war gepennt, ey. Ich brauch nur einen Zauber, um das zu unterbrechen. Ja, da ist es schon geschehen. Was du bist. Oh nein, mein Käfer lebt wieder. Was war da? Ich werde hier doch nochmal... Die Entweihung einleiten. Was hat mich denn da angegriffen? Animus, Klaatu, Wermetrax, Nito, Animus, Nostra, Luch. Das muss doch was richtig heftiges gewesen sein. Das Gebäude war ja relativ schnell down. Ja, ist so. Was war das? Sweihung? Kasam. Lamm, Obis, Kliksa! Ennemie sighted! Your building is under attack! Your building is under attack! Your building is under attack! Mission objective completed! Your creatures are under attack! Huh? Your creatures are under attack! Your creatures are dying! As the story goes, Acheron isn't cruel, he just has no heart. Sharnel found him in some primal hell for creatures with no souls. Magical attacks don't hurt him much. What's up? An abomination! Ich hab zwei meine Arashi verloren, ich weiß nicht, ob ich sie sehen, dass ich die Fliege gekriegt habe. Das ist doof jetzt. Doch, das ist auch heute schon ein Marderlied worden. Ich schlippe mich einfach dahin, hier, zack. Pejorative, Klaatu. Dathra, Veto, Gulba. Your creatures are under attack. Your building is under attack. Bermathrax, Saxo, Nostra, Pais. Miersilin. Die haben einen Ballerdäscher relativ flott, die killt, muss ich schon sagen. Oh. Your wizard is under attack. Na, ich bin verlangsamt. Oh, mein Gott. Your creatures are under attack. Your wizard is under attack. Oh, mein Viererseele. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was ist denn mit dem Käfer da los? Was ist denn mit dem Käfer da los? Oh. So, was ist das? O, mein Gott. Die sind mit dem Käfer da los. hinsetzen. Oh, ja, ich habe sie getötet. Ich habe eine Folge vorhin versprochen. Jetzt sind wir schon wieder eine Dreiviertelstunde. Also, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.